Ich wusste noch in diesem Land, wo es Eifelskomme hinzubekommen hat. Hast du denn das Säcklein auch bei dir? Ja, das Säcklein, das ist hier. Ich kann schon mal gucken und was Süßes austeilen. Geh doch, hol dir was. Guck mal, die geben den Leuten was. Komm, hol dir. Willst du nicht? Das ist ein Huflo. Huflo ist was Wahres. Du? Nein, ich hol nicht. Die Zuckerruten haben wir nicht dabei, weil wir nur nette Leute hier empfinden. Komm, weg! Komm, weg! Ja, wir haben nur einen, wir sind Spezialisten bei Leuten mit unseren Zuckerruten. Weg! fliegen imlementigen Mann. Aber es ist ein Lebensmittelkern. Wie ist das? Was ist das? Ja, jetzt ist das? Oder bis zum Ehen. Lebensmittelkern? Ja. Das ist so gut. Alles klar. Was sind denn das? Ich hab recht. Na, ja. Was sind das? Ja, aber es ist ja. Ich habe gedacht, das wäre da. Ich kann mich nicht so durchdringen, aber ich kann mich nicht so durchdringen. Gut, ich nehme. Lass uns klappen. Wir gehen jetzt erst mal weiter, bitte. Danke, danke. Ja, weil ich bin sehr nämlich runter und einmal hoch habe. Da wurde bei einem, wo man geht. Ich bin sehr gespannt. 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 Ich bin sehr gespannt.